Hallo Leute und endlich bin ich hier und ich kaufe mir diese Airabflasche, die ich schon immer kaufen wollte. Jetzt kann ich aussuchen. Und endlich habe ich die gefunden, da steht sie schon. Bis zum nächsten Mal. Ich bin auch richtig froh, dass ich die gefunden habe und auch gekauft habe, weil ich wollte die schon wirklich sehr lange. Und jetzt bin ich bei Haundem. Ich habe Gutscheine bekommen zu meinem Geburtstag und so von meinen Freunden oder von meiner Familie und jetzt möchte ich sie gerne einlösen. Und es sind neue Sachen gekommen und auch so trendische Sachen. Und ich möchte gerne da beim Trend mitmachen. Wenn ihr euch fragt, das ist nicht von mir, das ist von meiner Mutter. Nee, das ist sicher zu groß für mich. Oh, guck mal wie süß. Aber bald ist ja schon Herbst und so und ich muss was für die Schule kaufen, dass es wirklich sehr warm ist. Seht ihr? Das geht von mir auch so besser. Ich guck mal, vielleicht gibt es hier so einen dicken Pullover oder sowas. Das ist aber wirklich sehr schön. Wenn jemand College-Jachen sucht, dann sind die noch in Haundem hier. Das ist auch voll süß. Oder? Es gibt keine Ruße für mich. Leider. Aber guck mal, das passt so wirklich für den Herbst. Aber es gibt nicht mal eine Ruße. Wer Harry Potter College sucht, findet das auch hier. Ich gucke mal, das ist auch so süß. Ich habe nichts hier gefunden. Ich spare lieber meine Gutscheins für das nächste Mal. Und jetzt sind wir in Smile Boys und ich habe einen Gutschein. Ich weiß nicht mehr, wie viel da ist und ich möchte gerne gucken, was ich so kaufen kann. Ich möchte euch jetzt alle meine Warten zeigen, die ich gekauft habe. Und ich bin jetzt wieder zu Hause. Ja, und dann wir mit meinem Squishy. Also das ist Squishy Mellow. Hier. Und ich habe einfach Frosch genommen, weil Frosch war ziemlich süß. Und da waren auch noch Hunde, Schafe. Und Frosch war einfach das ziemlich Süßste. Weiter. Meine Lieblingsware, ich habe eine Airlock gekauft. Und natürlich testen wir die auch heute. Und ja, ich bin so froh. Ich habe einmal Pfirsich. Und einmal... Sorry. Äh, einmal Kirsche gekauft. Ich habe einmal kurz vergessen, wie das heißt. Und ja. Zuerst öffnen wir die Airlock. Das ist ein Liter Wasser. Und hier ist auch extra eine Linie, wo man das Wasser reintun kann. Hier ist auch, seht ihr, so ein kleines Loch, damit man die Pots reintun kann. Und ja. Jetzt gehe ich sie mal waschen. Okay. Ich habe die Flasche jetzt gespült. Und solange sie trocknet an der Sonne, haben wir Zeit, um die Pots aufzupacken. Ich weiß wirklich nicht, was ich nehmen soll. Entweder Kirsche oder Pfirsich. Ich lege die mal so hin. Ich gucke nicht. Ich tausche es mal. Mischen, mischen, mischen. Ich weiß wirklich nicht was. So. Drei, zwei, eins. Ich nehme die Flasche. Kirsche. Okay. Mal gucken. Noch eine. Da sind immer drei drinne. Und es reicht für 15 Liter. Die sind alle so komisch verpackt. Noch mal eine auf. Boah, die riechen so nach Kirsche. Meine Mutter war so nett und hat die Flasche für mich aufgefüllt. Und die Leitung stand. Man muss das Punkt genau so setzen, wie der Strohhalm auch ist. Also man muss es, wenn hier so eine Spitze ist, der Pots hat er auch so drauf. So. Und zum Aktivieren muss man den einfach nur ein bisschen hoch, bis zu dem Strohhalm. Seht ihr diese Linie? Der muss auch da hoch. So. Okay, jetzt testen wir. Also das riecht auch so wirklich nach Kirsche, wenn man singt. Aber das hat halt ganz normales Wasser. Ich habe auch noch Pfirsich. Und den lasse ich lieber ein bisschen für später. So, der ist der Kirsch. So, meine neue Schulflasche ist fertig. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Test, ob sie wirklich fest ist. Zum Beispiel, wenn man sie so umdreht, ob das Wasser wirklich rausfließt oder ob das fest ist. Ist ja gut gehabt. Tschüss Leute, das war's mit meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.